Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile gekürzte Version. Es ist Montag, der 7. Oktober 2024. Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Wir beginnen die Sendung mit einer Werbeansage, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an die Winkelmann-Apotheken und Winkelmann-Pflegedienste, die uns damit unterstützen. Die Winkelmann-Gruppe ist im nördlichen Sachsen-Anhalt zwischen Stendal und Magdeburg zu Hause und ist ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Die jeweiligen Adressen der Apotheken und Pflegedienste finden Sie unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann wird mit C-K geschrieben. Und dort gibt es auch einen Online-Shop für Arzneimittel, der noch am selben Tag liefert, wenn Sie vor 10 Uhr morgens bestellen. Winkelmann-Gruppe.de, das ist die Adresse unseres heutigen Sponsors. Nun zur Sendung. Klaus Weselsky war 16 Jahre lang die Stimme der Lokomotivführer in Deutschland. Der streitbare Gewerkschafter legte sich nicht nur bei Tarifverhandlungen ins Zeug, sondern gab auch der Führungsetage der Deutschen Bahn den Tarif durch. Seit wenigen Wochen ist er im Ruhestand. Die Lage bei der Bahn lässt ihn allerdings nach wie vor nicht los. Wir fragen ihn weshalb. Heute jährt sich der Angriff der Hamas auf Israel zum ersten Mal. Am 7. Oktober 2023 wurden 1200 Menschen getötet und mehr als 200 Geisel in den Gazastreifen verschleppt. Wir sprechen über die Auswirkungen dieses Terrorakts ein Jahr später mit Raphael Korenzecher, dem Herausgeber der jüdischen Rundschau. Es gibt die Ampel, es gab Jamaika, nun ist die Brombeere an der Reihe. So könnte eine mögliche Koalition aus CDU, SPD und dem BSW im Bundesland Sachsen genannt werden. Dazu soll es nicht kommen, wenn es nach Teilen der Basis der CDU geht. Diese fordern eine Absage an eine Regierungsbeteiligung der Partei von Sarah Wagenknecht. Zu ihnen gehört Michael Schramm, Vorsitzender eines CDU-Stadtverbands und heute bei uns im Gespräch. Und im Kommentar staunt Frank wahrlich darüber, wie aus der Problempartei die Grünen plötzlich eine Problemlöserpartei wird. Jedenfalls nach ihrer Eigendarstellung. Soweit die Themen heute hier bei Konterfunk aktuell. Fahren mit der Deutschen Bahn hat sich in den letzten Jahren zum Glücksspiel entwickelt. Viele Strecken sind in einem schlechten Zustand, Pünktlichkeit ist Zeltenheit und der Investitionsstau des Unternehmens ist länger als das Skiennetz. Den Unmut über Verspätungen und Bahnausfälle bekommt oft das Personal vor Ort ab, das dafür in aller Regel wenig kann. 16 Jahre lang stellte sich Klaus Weselski als Bundesvorsitzender und Gesicht der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL vor seine Leute. Anfang September gab er das Amt weiter und ging in Ruhestand. Heute ist er bei uns im Gespräch. Guten Tag, Herr Weselski. Ich grüße Sie, Herr Milius. Herr Weselski, Witze über die Deutsche Bahn sind mittlerweile zum Volkssport geworden. Tut Ihnen das eigentlich weh oder finden Sie eher, geschieht denen ganz recht? Nun, das tut mir weh, weil ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen leide, die draußen in den Zügen unterwegs sind. Diejenigen, die im direkten Bereich arbeiten, in den Werkstätten als Vordienstleiter tätig sind. Die erleben diesen ganzen Sormonen, diesen ganzen Niedergang des Eisenbahnsystems am eigenen Leibe. Diejenigen, die es zu verantworten haben, das Management der DB, die sind ja fast nie in Zügen unterwegs, sondern immer mit ihren schicken Dienstautos. Und die merken eben nicht, wie kaputt das System mittlerweile gemacht worden ist. Kann man das irgendwie zeitlich festmachen, wann das begonnen hat, dass sich so viele Leute am Bahnhof gar keine Hoffnung mehr machen auf die rechtzeitige Ankunft des Zuges? Geht das zurück auf 1994 mit der Bahnreform oder war es ein anderer Punkt der Geschichte? Das ist ein schleppender Prozess, ein schleichender Prozess gewesen. Aber der Startpunkt ist tatsächlich die Privatisierungsidee aus der Politik. Die damalige Entscheidung, die Eisenbahnen, die 1990 zusammengeführt worden sind, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Reichsbahn, in einer Nacht- und Nebelaktion de facto zu privatisieren und dann als Deutsche Bahn AG in die Welt zu setzen. Dieser Privatisierungsbahn ist der Startschuss für den Niedergang des Eisenbahnsystems. Aber das lief am Anfang alles noch verhältnismäßig gut, weil beide Unternehmungen DB und DR schlussendlich immer die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ihre Arbeit gemacht haben. Also könnte man verkürzt sagen, wie auch einige Beobachter finden, es liegt an der gewinnorientierten Geschäftsstrategie der Deutschen Bahn. Es liegt an der Idee, über die Privatisierung die Eisenbahn nicht nur Gewinn erzeugen zu lassen, sondern am Ende des Tages als weltweiten Konzern einfach expandieren zu lassen. Die Manager durften machen, was sie wollten und unter Metern ist das Ding faktisch explodiert. Wir haben eine weltweit Strategie des Konzerns zu verzeichnen, der einerseits in Deutschland das Tafelsilber verscherbelt, Bahnhöfe, Strecken abklemmt, Weichen raustrennen lässt, um Überholgleise aus den Büchern zu bekommen. Andererseits weltweit expandiert in Unternehmungen, die mit der Eisenbahn nichts zu tun haben. Und ich würde den Startpunkt schon an den Beginn der Ära Metern legen, wo die Betriebswirtschaftler am Ende freie Hand bekommen haben, um das System kaputt zu sparen. Nun gibt es aber auch Leute, die gerne ihm die Schuld zuschieben. Die Süddeutsche Zeitung schrieb zu ihrem Abschied, sie hätten das Land 16 Jahre lang immer wieder lahmgelegt mit Streiks und sprach von Weselsky-Methoden. Nehmen Sie diese Zitrone so entgegen? Nun, das ist ja nicht ganz neu, dass man Ursache und Wirkung versucht, ins Gegenteil zu kehren. Ursache unserer Auseinandersetzung ist ein unbelehrbares Management bei DBAG, die immer wieder versucht haben, die GDL teilzustellen, die die Existenz unserer Gewerkschaft angegriffen haben. Und worauf wir reagiert haben, unter anderem auch mit langen Streiks, mit langen Auseinandersetzungen. Im Ergebnis beginnt es 2007, als wir unseren ersten Lokführertarifvertrag unter Metern noch erstreiken, elf Monate lang, um überhaupt den eigenständigen Tarifvertrag zu bekommen. Man hat uns also unser Grundrecht abgesprochen, nämlich dass wir uns nach 9.3 des Grundgesetzes vereinigen dürfen. Und natürlich, und das ist das Kernthema des Wesens in der Gewerkschaft, dass man auch Tarifverträge verhandeln und, wenn es sein muss, erstreiken kann. Alles andere nennt man kollektives Betteln, hat mit Gewerkschaftsarbeit und mit Tarifautonomie nichts zu tun. Dieses Verwechseln von Ursache und Wirkung hat dann in den hohen Zeiten der Streiks auch dazu geführt, dass die Medien Sie auch mal gerne als meistgehassten Mann Deutschlands bezeichnet haben und ähnliche Ausdrucke. Hatten Sie jeweils das Gefühl, dass die Fahrgäste irgendwo doch Verständnis für Streiks hatten, selbst wenn sie im bewussten Moment unter der Maßnahme gelitten haben? Absolut, weil die veröffentlichte Meinung stimmt in keinster Weise mit der öffentlichen Meinung überein. Der überwiegende Teil der Menschen in unserem Land sind Arbeitnehmer, abhängig Beschäftigte und die wünschen sich teilweise eine Gewerkschaft, die so gut aufgestellt ist, die einen Vorsitzenden hat, der auch ein Kreuz hat und sich nie, wenn der Wind etwas schärfer bläst, abwendet unter der Überschrift, sollen das andere machen. Man ist Vorsitzender immer. Auch wenn die Sonne scheint, dann macht es mehr Spaß, aber wenn es stürmt und schneit, ist man trotzdem Vorsitzender und vertritt die Interessen der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und ich glaube, das habe ich sehr gut gemacht. Und Fahrgäste, die betroffen sind von wegfallenden Zügen oder von verspäteten Zügen, die sind am Ende des Tages natürlich persönlich not amused, aber sie akzeptieren und sie verstehen am Ende, wenn man erläutert, wo die Ursachen sind. Und das ist das eigentlich Schlimme in unserem Land. Die Medien, die sich die Finger wundgeschrieben haben und eigentlich alles versucht haben, auf die Personen auszurichten, die haben sich niemals mit den Ursachen der Konflikte befasst. Die haben sich niemals ein Stück weit auch neutral aufgestellt und die Frage aufgeworfen, warum die Deutsche Bahn AG eigentlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Streik treibt. Der Witz ist ja, es wird ja immer so getan aus, wenn man selbst wie das Land im Grunde Boden streikt. In Wahrheit haben zehntausende Eisenbahnerinnen und Eisenbahner ihrem Arbeitgeber den Stuhl vor die Tür gesetzt. Und das ist das, was nie gern so geschrieben wird. Da müsste man sich nämlich damit befassen, wieso das die Beschäftigten tun. Die machen das doch nicht, weil ich gerne in die Zeitung komme oder gerne ins Fernsehen auftrete, sondern die machen sich so stark gegen ihren eigenen Arbeitgeber, weil sie aufbegehren gegen ein Management, dass sich selbst die Taschen füllt und immer dann, wenn eine Tarifrunde ansteht, einen Sparfuchs rauslässt und behauptet, dem Konzern geht es schlecht, wir müssen jetzt einen Gürtel enger schnallen. Dann sprechen wir doch über die Ursachen dieser Situation, denn die Probleme beginnen ja sichtlich, bevor der Lokführer vorne einsteigt und es gibt es ja auch ganz ohne Streiks. Es gab im August Berichte, wonach die Fahrpläne der Deutschen Bahn 2024 mehrere Millionen Mal geändert wurden wegen der maroden Infrastruktur. Und ein Aufsichtsratsmitglied hat sogar von einem Kontrollverlust gesprochen und Sie haben eine schleppende, eine schleichende Entwicklung erwähnt. Wie kann es denn jetzt ein Aufsichtsrat so weit überhaupt kommen lassen, wenn man das ja beobachten kann, wie sich die Situation zuspitzt? Nun, Sie müssen wissen, der Aufsichtsrat des Konzerns und auch der jeweiligen Tochterunternehmen, die bestehen immer aus 20 Beteiligten. Das heißt zehn Arbeitnehmervertreter und zehn Arbeitgebervertreter. Dort sind die Eigentümer vertreten, über das Finanzministerium, über das Verkehrsministerium. Da sind aber auch im Konzern selbst oben Politiker der regierenden Parteien vertreten und denen wird alle ein Märchen erzählt. Es wird seit Jahrzehnten das Märchen erzählt, es wird alles besser. Und in Wahrheit ist es alles schlechter geworden. Und weil die Beteiligten eben zu wenig Sachverstand haben und weil die Beteiligten diesem Management nie so auf die Finger schauen, wie man es müsste und das Eisenbahnsystem kaputt gespart worden ist und niemand Ärmel hochkrempelt und sagt, wir müssen das jetzt ganz anders angehen. Deswegen befinden wir uns alle in diesem miesen Zustand und erleben Verspätung, erleben Baustellenorgien, die es in sich haben und teilweise auch Baustellen abfolgen, die weder durchdacht sind noch tatsächlich berücksichtigen, dass wir immer noch Eisenbahn fahren müssen und Eisenbahn fahren wollen. Stichwort kaputt sparen. Die Schweiz als Beispiel investierte 2022 pro Kopf und pro Jahr 450 Euro in die Schieneninfrastruktur. Und hier läuft die Bahn doch ziemlich pünktlich. In Deutschland waren es 114 Euro pro Kopf und pro Jahr. Und da scheint es einigermaßen logisch, dass es Unterschiede geben muss. Kann man ganz banal sagen, es fließt zu wenig Geld in die Bahn, wenn mehr fließt, klappt es? Das würde ich nicht so sehen, wenn mehr fließt, klappt es. Sondern ich würde sagen, wir brauchen eine grundlegende Reform. Wir brauchen eine Bahnreform 2.0. Wir müssen uns verabschieden von dem irrwitzigen Traum, dass man in der Infrastruktur auch noch ansatzweise einen Cent verdienen kann. Die Infrastruktur ist ein Subventionsbereich und deswegen ist sie komplett abzutrennen von den Geldkreisläufen im Gesamtkonzern. Kein Mensch braucht eine Deutsche Bahn AG als weltweit operierenden Konzern. Und deswegen ist auch richtig, dass die abgeschmolzen und zusammengestrichen werden. Am Ende brauchen wir eine funktionierende Eisenbahn in Deutschland. Und erst wenn wir diese Bahnreform 2.0 gemacht haben, sollten wir wirklich Milliarden in die Eisenbahn, in die Infrastruktur investieren. Ansonsten versickert das weiter in irgendwelchen Kanälen. Am Ende muss man die Frage beantworten, wollen wir eine Eisenbahn so wie in der Schweiz? Die Antwort lautet normalerweise ja. Funktionieren wie ein Ohrwerk. Wenn wir das wollen, brauchen wir eine Langfriststrategie und auch eine dazugehörige Aufsicht, die am Ende des Tages Festlegungen trifft, Zielvorgaben macht für die Infrastruktur, die vollkommen anders sein müssen als für die Fahrbetriebe, die alle gemeinsam auf dem Netz fahren. Es fährt ja nicht nur die DB Regio, die DB Fernverkehr und DB Cargo, sondern wir haben massenweise Wettbewerbsunternehmen, die auf diesem Eisenbahnsystem unterwegs sind. Langfriststrategie ist ein gutes Stichwort. Eine solche scheint auch die Deutsche Bahn zu verfolgen, denn sie verspricht eine Besserung der Situation bis 2070, was wir beide ja vermutlich gar nicht mehr erleben werden. Ist das einfach so eine Vertröstung Richtung kommende Generationen, um Ruhe zu schaffen oder ist das realistisch? Das ist keine Langfriststrategie, sondern das ist eine unverschämte Art, die Menschen zu veralbern. Indem man Ziele definiert, die so weit weg sind, dass keiner der vorhandenen Manager dafür in die Verantwortung genommen werden kann. Die Zielvorgaben müssen viel kürzer sein. Die müssen sich auch mit kleineren Maßnahmen befassen, nicht mit gigantischen Bauvorhaben, sondern hier ein paar Kilometer zweites Gleis, da ein paar Weichen zusätzlich rein. Eine Vertaktung des Fahrplans, die Stück für Stück in Angriff genommen wird. All das setzt voraus, dass jemand, der nicht Konzernlenker in der Deutschen Bahn AG ist, eine Strategie vorgibt und die Zielvorgaben gegenüber dem Management der Infrastruktur macht. Wenn wir das gewährleisten, dann kriegen wir auch Stück für Stück eine Besserung. Und wir müssen die zwingen, die Zielvorgaben so zu definieren, dass sie kurzfristig Erfolge zeigen. Kurzfristig will heißen, in ein, zwei, drei Jahren muss sichtbar werden, dass wir an der und der Stelle eine Umleitungsstrecke saniert haben, damit wir auf der Hauptachse dann die entsprechenden Instandhaltungsarbeiten machen können. All das setzt voraus, dass man sich tatsächlich mit dem System befasst und nicht mit sich selbst. Und ich sehe beim Management der Deutschen Bahn AG, die die Karre so in den Dreck gefahren haben, nirgends auch nur ansatzweise den Willen und den Sachverstand, das, was das Eisenbahnsystem braucht, nämlich eine große Menge Geldes, absolut nur ins System und nie zum Beispiel in den Digitalisierungswaren. Ich sehe alles, das nicht verkörpert im Vorstand der Deutschen Bahn AG, so wie er die ganzen Jahre über agiert hat, um das System kaputt zu machen, oder jetzt nie agieren, um das System gesunden zu lassen. Ein bisschen in Richtung schnellere Hilfe geht es ja mit dem Projekt Generalsanierung Hochleistungsnetz. Da sollen 4000 Streckenkilometer ins Tank gesetzt werden. Das klingt ja schon mal besser als 2070, weil es eben bis 2030 erfolgen soll. Wie viel Vertrauen setzt jetzt in dieses Projekt? Diese Maßnahmen sind etwas, was sämtliche Eisenbahnen in Europa, wahrscheinlich auch weltweit, als lächerlich betrachten, nämlich eine Vollsperrung in der Strecke durchzuführen und zu versprechen, dass man alles saniert, alles auf Hochglanz bringt und dann in den nächsten zehn Jahren auf diesem Streckenabschnitt keinerlei weitere Baumaßnahmen erleben soll. Erstens ist das Versprechen auch so, dass es nie kontrolliert werden könnte, ob es denn tatsächlich eintritt. Zweitens, wir sind es gewohnt und seit Jahrzehnten so unterwegs, am rollenden Rad die Strecken zu sanieren. Das sollten wir auch wieder beibehalten. Und das Eisenbahnsystem in Deutschland besteht aus rund 34.000 Kilometern Netz und nie aus 4.000 Kilometern Hochleistungsnetz. Ich sehe hier verdeckt, wie der den Geschwindigkeitswahn nach vorn kommt. Ich sehe hier verdeckt, dass in Großprojekten das Geld viel stärker verbraucht und verbrannt wird als in kleineren Sanierungsmaßnahmen, die das Gesamtnetz notwendig hatte, um insgesamt gesehen wieder zu funktionieren. Das Netz besteht nicht nur aus diesen Abschlitten und aus den Trassen, die jetzt saniert werden sollen, sondern das Netz besteht eben aus Überholgleisen, aus Bahnhofsgleisen, aus Weichen, aus Fahrleitungen, die wir noch zu bauen haben und, und, und. Es gibt also eine Unmenge zu tun und das ist nicht getan mit diesen berühmten und herbeigeredeten Hochleistungskorridoren. Falscher Ansatz. Großprojekte verschlingen Milliarden. Wir müssen weniger, aber intensiver in das feine, gesponnene Netz der Eisenbahn investieren. Zum Schluss, Herr Weselsky, fahren Sie selbst eigentlich noch mit der Bahn oder setzen Sie eher auf die Modelleisenbahn im Keller, weil Sie dort selbst alles unter Kontrolle haben? Nun, ich hatte nie eine Modelleisenbahn und ich werde mir jetzt auch in Zeiten meines Rentnerdaseins keine Modelleisenbahn zulegen, wobei ich versichern könnte, dass sie natürlich pünktlicher ist als das, was wir draußen erleben. Ich bin während meiner aktiven Zeit um die 70.000 Kilometer Eisenbahn im Jahr gefahren, habe gelitten wie alle anderen Fahrgäste unter dem, was wir mittlerweile als Errungenschaft betrachten, wenn man zu pünktlich fährt, weil der überwiegende Teil unpünktlich unterwegs ist. Und ich werde auch in Zukunft als Hauptverkehrsmittel die Eisenbahn nutzen. Klaus Weselsky von 2008 bis vor wenigen Wochen Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GEDL über die Lage bei der Deutschen Bahn. Besten Dank, Herr Weselsky. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Heute vor einem Jahr hat die Hamas vom Gazastreifen aus Israel angegriffen, weit über 1000 Menschen getötet und mehr als 200 Geiseln verschleppt. Das Ergebnis war ein kollektives Traum in Israel, internationale Fassungslosigkeit und ein neuer Krieg im Nahen Osten. Was hat der Terrorakt darüber hinaus alles ausgelöst? Wie hat sich das Leben von Juden auch bei uns verändert? Darüber spreche ich mit Raphael Korenzecher. Er ist Herausgeber der Zeitung Jüdische Rundschau. Guten Tag, Herr Korenzecher. Guten Tag, Herr Milius. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Das ist heute gar nicht selbstverständlich, weil kritische Stimmen in unseren Talkshow-Runden, in unseren Medien, wir werden dazu kommen, sehr häufig ausgeblendet werden oder zumindest modifiziert werden. Wir sind spezialisiert auf heikle Themen. Herr Korenzecher, die Ereignisse vom 7. Oktober 2023 sind den meisten von uns noch in Erinnerung, der Bevölkerung in Israel und den Juden in der ganzen Welt natürlich sowieso. Wo stehen nun jüdische Menschen ein Jahr später in diesem Prozess? Ist es immer noch Schock oder Trauer? Ist es Verarbeitung oder der Wunsch nach Vergeltung? Sie sprechen gleich einen ganzen Themenkomplex an, den man eigentlich nicht mit einer Antwort und mehreren Antworten beantworten muss. Was die Geschehnisse, die barbarischen Atrozitäten, diese bestialische Abschlachten von Menschen, Kindern und Frauen, auch schwangeren Frauen am 7. Oktober bedeutet, das wurde schon sehr oft und sehr häufig wiedergegeben. Da müssen wir auf die Einzelheiten und wollen wir auch auf die Einzelheiten nicht eingehen. Denn die Reaktion ist der Schock und der Schock sitzt immer noch in den Gliedern. Er sitzt deshalb in den Gliedern, weil ja auch noch viele Geiseln gar nicht aus der barbarischen Gefangenschaft und der Willkür der Mörder des 7. Oktober qua nicht entkommen sind. Die sind ja immer noch da. Das ist das eine. Das andere ist die Reaktion der Allgemeinheit und die Reaktion der Juden und das Leben der Juden in Deutschland, aber auch in Europa, besonders im gesamten Westen. Es ist ja nicht so, dass es vorher etwa gut gewesen wäre. Wir hatten ja bereits vorher einen Prozess, der mit der Migration, vor allem mit der islamischen Migration, nicht mit einer anderen, mit der islamischen Migration zu tun hatte, dass Juden in Deutschland, das öffentliche Leben von Juden in Deutschland, das offene Leben von Juden in Deutschland quasi immer mehr verunlöst worden ist. Seit dem 7. Oktober ist der Hass gegen Juden auf unseren Straßen, in unseren Verkehrsmitteln, in unseren Institutionen, wir denken an die Unis, wir denken an die Schulen, explosionsartig gestiegen. Wir haben islamische Demos auf unseren Straßen, die sich pro-pastilensische Demos nennen, aber de facto reine Judenhasspogrome auf den Straßen unserer Städte bedeuten. Wenn Sie danach fragen, das Leben ist dramatisch für die Juden bezüglich des Hasses, der ihnen entgegenschlägt, schlechter geworden. Sie haben das bereits angesprochen, dass inzwischen pro-Palästina-Demonstrationen stattfinden, dass an Universitäten Kundgebungen gegen Israel stattfinden. Gerade auch um den ersten Jahrestag herum waren viele solche Aktionen zu beobachten. Aber unmittelbar nach dem Terrorakt schien die Solidarität mit Israel zunächst auch in Europa groß und dann war irgendwann eine Verschiebung zu beobachten. Wann und wie kam es aus Ihrer Sicht zu diesem Stimmungswechsel? Der Schock, den ja jeder anständige Mensch erleben muss, wenn er von den Atrozitäten des 7. Oktober hört, das geht natürlich einher damit, dass für den Augenblick eine gewisse Solidarität entgegengeschlagen ist. Das hat aber nur sehr kurz gedauert. Das hielt nicht lange an. Bereits zu dem Zeitpunkt der Morde, ein Tag danach, gab es Jubel auf den Straßen. In Neukölln, in anderen deutschen Städten, aber auch in London und in Paris. Jubel, natürlich auch in Gaza. Jubel über jedes ermordete jüdische Kind. Seitens der islamischen Migration und seitens der Gazaner, die ja später als diejenigen immer mehr bezeichnet wurden, die darunter leiden. Und wir reden ja heute, also unsere westlichen Medien scheuen sich nicht davon, von Genozid zu sprechen. Das heißt, die Solidarität hat nicht lange angehalten. Im Gegenteil, es begann sofort diese Relativierung, die wir immer haben bei solchen Dingen, die gegen Juden gehen. Eine Relativierung der Terrorversteher. Eine Relativierung derjenigen, die meinen, ja, es gibt ein Ja-Aber. Und das ist natürlich schrecklich. Ja, es stimmt, die Hamas hat etwas Furchtbares getan. Das klingt ja auch zum Beispiel jetzt gerade zum ersten Jahrestag in der Rede von Guterres an. Ja, das stimmt, das sind furchtbare Dinge. Aber wir dürfen nicht die Ursachen vergessen. Es gibt keine Erklärung des Köpfens oder des Schlachtens von kleinen Kindern oder des Verschleppens und ein Jahr in Willkörgefangenschaft halten. Die gibt es nicht, aber die scheint es doch zu geben in den Medien, in der Politik und im gesamten Westen. Es ist aber doch schwer nachvollziehbar, wie aus den Opfern vom 7. Oktober dann plötzlich eine Zielscheibe werden konnte. Jetzt kann man das begründen mit einem tief verwurzelten Antisemitismus in vielen Gesellschaften. Man kann aber natürlich auch fragen, gab es von Seiten Israels irgendwelche Fehlentscheidungen im Nachgang zu diesem Terrorakt, die diesen Stimmungsumschwung befeuert haben könnten? Da kann man ganz lange drüber reden. Aber ich mache das vielleicht mal ganz simpel und ganz einfach. Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland würde Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz oder Berlin ständig von den Nachbarn beschossen. Mit Raketen. Ständig. Was würden Sie erwarten eigentlich von der Region? Gar keine Reaktion. Stellen Sie sich mal vor, dieser Überfall wäre aus Polen auf Deutschland erfolgt. Gott bewahre. Also ich komme gar nicht auf die Ideen daran zu denken. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird, dass ich etwas sage, dass die... Nein. Aber ich sage, ich mache jetzt eine Metapher und sage, die Nachbarn würden das tun. Was soll die Regierung tun? Die Verteidigungsbereitschaft und die Verteidigungsaktionen Israels werden Israel angelastet. Es wird von Unverhältnismäßigkeit der Antwort gesprochen. Und jetzt frage ich mich, welche Verhältnismäßigkeit hat die Ermordung von Kindern oder Teilnehmern eines Festivals? Welche Verhältnismäßigkeit der Antwort soll es da geben? Und dann der Jubel in ganz Gaza. Unsere Medien sagen, das ist die Hamas oder es ist dieses Bolla oder es sind diese... Nein. Es ist eine Welle der Sympathie in der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Sonst gäbe es das gar nicht. Da könnte man auch sagen, in Gaza herrscht ein Zwang. Die Hamas fordert alle auf, dass sie sich freundlich verhalten zu der Hamas, weil sie sonst in schwerste Sanktionen geraten. Aber in Neukölln gibt es ja keine Sanktionen. Warum gibt es da einen Jubel über Morde an jüdischen Menschen? Sie haben ja gefragt, welche Fehler hat Israel begangen? Die Fehler, die Israel begangen hat, bestehen in seiner Existenz. Was hier gewollt ist, ist ja nicht etwa eine Verbesserung des Verhaltens. Hier wird ja ganz klar und auch ganz offen die Zerstörung Israels und das Vertreiben der jüdischen Menschen, Hineintreiben ins Meer oder Vernichtung der jüdischen Menschen in Israel. Weil das ist das, worum es geht. Es wird nicht mal geleugnet. Und trotzdem gibt es bei uns Terrorversteher. Es gibt Queer-Gruppen für die Hamas und für die Mörder der Hezbollah. Das ist ungefähr so, als würden Hühner demonstrieren für Kentucky Fried Chicken. Ich meine, das kann man gar nicht verstehen. Man kann bestimmte Dinge gar nicht nachvollziehen. Ich sage ja nicht, dass die Regierung Israels fehlerfrei ist. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, das sage ich auch nicht. Aber es sind nicht die Fehler, die das treiben, was hier jeden Tag einen an den Kopf fassen lässt. Es ist ein glatter Judenhass. Und natürlich gibt es den klassischen Antisemitismus und den rechten Antisemitismus zu Genüge. Das wissen wir und das brauchen wir auch gar nicht zu verhehlen. Aber das ist heute nicht der gewalttätige und der atavistische, brutale Antisemitismus, den wir heute auf den Straßen haben. Die Angriffe auf die Juden heute, und da wird natürlich auch versucht, das zu bemänteln, besonders von grüner und linker Seite zu bemänteln. Die Angriffe auf die Juden erfolgen heute, man kann sagen, ausschließlich, mit vielleicht geringen Ausnahmen von islamischer Seite. Wenn Sie sich gedanklich zurückversetzen an die Zeit vor dem 7. Oktober 2023, wie hat sich ganz konkret das Leben der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und überhaupt in Europa verändert in diesen 365 Tagen? Wenn man sich vorher schon vorsehen musste als Jude, also die jüdischen Institutionen sind ja sämtlichst geschützt. Das habe ich, glaube ich, Ihnen auch schon letztes Mal gesagt. Die Institutionen sind sämtlichst geschützt. Wobei man sich fragen muss, warum müssen die geschützt werden? Also es muss eine andere Botschaft nicht geschützt werden. Oder wie viele Angriffe auf Moscheen gibt es? Oder auf Kirchen? Ja, man muss sich noch mehr vorsehen. War es vorher schon schwierig und gab es besondere Probleme in bestimmten No-Go-Areas, meist mit islamischer Dominanz, ich sage das mal so, wie es ist, dann muss man sich heute fast überall vorsehen. Weil es gibt kaum noch einen Ort, an dem Juden, wenn sie alleine auf der Straße sind, sicher sind. In dem Moment, wo sie sich als Juden zu erkennen geben und nicht dem demütigenden Identitätsmimik wie folgen, sich nicht als Juden erkennen zu lassen, dann sind sie quasi unvermittelt und ohne überhaupt zu wissen, plötzlich in einer Situation, die ganz gefährlich ist. Also beispielsweise ein israelischer Mensch hier, ein Tourist nur, bekommt den Anruf aus Israel und antwortet hebräisch in der U-Bahn. Das ist gefährlich heute. Das ist heute nicht mehr ganz ohne weiteres möglich. Er überlegt sich fünfmal, ob er in hebräisch antwortet. Ich rede gar nicht davon, dass fromme Juden Kippot, also die Käppis oder Gebetsschal tragen. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation geworden heute. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein, dass jüdische Menschen in Deutschland nur 80 Jahre nach dem Ende, circa 80 Jahre nach dem Ende des Holocaust, heute ihren Kindern sagen müssen, aber bitte, du musst nicht überall dein Kettchen tragen, sagen die Mädchen mit dem Davidstern, und du musst auch dich nicht zu erkennen lassen. Halt dich zurück. Allein das ist doch unglaublich. Unsere islamischen Gäste müssen sich nicht zurückhalten. Sie provozieren keinen, sie beleidigen keinen, sie skandieren auf den Straßen tot den Juden. Und jetzt ist es verboten worden zu sagen, von the river to the sea, dann machen sie es in Arabisch. Und obwohl Übersetzer zur Verfügung stehen, wie gestern beispielsweise auf der Demo, greift die Polizei gar nicht ein. Oder Frau Baerbock relativiert und sagt, ja, die Beseitigung des Hezbollah-Mörders dient nicht der Sicherheit Israels. Was will sie damit sagen? Sie will damit sagen, das war ein Fehler, das ist falsch, dass Israel sich verteidigt. Das ist ein Bias. Es ist eine schreckliche Heuchelei und ein Bias. Es ist ganz klar, es wird Partei genommen für eine atavistische Gruppe von Mördern, wo man gar nicht weiß, warum tun die Menschen das. Das ist ja eigentlich suizidal. Es greift nicht mal die Juden alleine an, wenn es nämlich auf die Dauer dem Islam gelingt, hier zu siegen und auch in unseren Städten zu siegen. Und er ist gerade dabei, das zu tun. Dann werden auch die Christen merken, dass es nicht alleine gegen die Juden gegangen ist. Wir sind nur die Vorhut. Die anderen werden folgen. Gibt es zum Schluss etwas aus Ihrer Sicht, das man tun könnte, tun müsste, damit die friedliche und sichere Koexistenz der Juden bei uns wieder gewährleistet ist? Gibt es eine so einfache Maßnahme? Es gibt keine einfache Maßnahme. Der Islam müsste sich ändern. Wissen Sie, Europa ist ja nicht zu dem Stand gekommen, oder wir sind ja nicht in dem Status, in dem wir heute haben, einfach weil man es uns geschenkt hat. Wir haben ein Jahrtausend blutiger Kriege hinter uns. Denken Sie nur an das letzte Jahrhundert, aber auch an die Religionskriege, an den Dreißigjährigen Krieg, an die Revolutionen, an die Aufklärung. Wir haben es mit einer medievalen, also mit einer mittelalterlichen Präaufklärungskultur zu tun. Hattawistisch eben, in der das eben ganz normal zu sein scheint. Und damit fertig zu werden, ging eigentlich nur über den Ausschluss. Man denkt über Verbote von Organisationen nach, die man für faschistisch hält. Warum denkt man nicht über die Beschränkung dieser Kultur nach? Man kann sie nicht umerziehen so easy. Das lässt sich doch nicht machen. Und offensichtlich ist die Gewalt ja ein Teil dessen, was von der Mehrheit getragen wird. Es wird nicht von der Mehrheit begangen. Nicht jeder ist dazu geboren, ein Gewalttäter zu sein. Aber es reicht ja schon, dass er das nicht verurteilt. Und leider zu viele Grüne und Linke bei uns auch nicht. Oder nicht hinreichend. Was eigentlich der Sache noch mehr Nahrung gibt. Raphael Korenzecher, Herausgeber der Jüdischen Rundschau, im Gespräch zum Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel. Vielen Dank, Herr Korenzecher. Danke sehr. Brombeer-Koalition wird die Idee genannt, aber einige Kritiker sehen darin eher eine giftige Tollkirsche. Die Rede ist von einer möglichen Regierung im Bundesland Sachsen aus CDU, SPD und dem BSW von Sarah Wagenknecht. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer scheint sich dafür zu erwärmen. Doch an der Basis seiner Partei finden eine solche Koalition nicht alle besonders prickelnd. Zum Beispiel der CDU-Stadtverband Nauenhof, dessen Vorsitzender Michael Schramm nun bei uns zu Gast ist. Guten Tag, Herr Schramm. Guten Tag. Herr Schramm, an Deutlichkeit lässt es ja nicht zu wünschen übrig, was Ihr Stadtverband in einer Mitteilung publiziert hat. Der Titel, keine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Sie scheinen also offensichtlich nicht ganz grün mit der noch jungen Partei. Woran liegt das? Was haben Sie konkret zu beanstanden? Ja, also erstens ist, wie viele Stadtverbände oder Ortsverbände in Sachsen, ist der Altersdurchschnitt relativ hoch. Und es sind alles Mitglieder, die, ich sage mal, noch die DDR-Zeit ganz gut kennen und haben damals den Sozialismus abgewählt und wollen jetzt nicht wieder Sozialismus haben, den ja Sarah Wagenknecht immer noch anstrebt. Das heißt, es ist historisch bedingt, es gab ja auch diesen Unvereinbarkeitsbeschluss einsmals, aber wir sprechen ja hier von Parteien, die es so schon lange nicht mehr gibt. Inzwischen schreiben wir 2024. Geht es da also immer noch ums Prinzip oder ist es die Person Wagenknecht, der sie einfach nicht vertrauen, dass sie alte Ideale losgelassen hat? Ja, ob sie losgelassen hat, das kann man ja nicht so richtig deuten, weil in den ganzen Foren und Prämien, wo sie drin war, ist sie ja immer noch drin, gerade wenn man auch über Wikipedia schaut. Aber ich muss sagen, ich bin selber noch im Stadtrat in Neunhof und da sitzen mir die, ich sage mal, ja, Linken jetzt als BSW gegenüber. Also eine Person hat sich ja nichts geändert. Wenn wir jetzt die Geschichte mal außen vor lassen, gibt es ganz konkrete aktuellen Positionen des BSW, bei denen Sie sagen, da gibt es jetzt einfach nichts, was wir mit denen zusammen machen können? Sind das konkrete Forderungen auch des BSW? Also ich habe ja aus den Gesprächen auch gehört, dass sie zwar wirtschaftlich nach außen sich so äußern und so ticken, wie wir auch, aber für mich ist das immer noch ein Problem, weil wenn ich Sozialismus will und sage, ich will die Wirtschaft genauso in Deutschland wieder nach vorn bringen, wie sie war, damit Wohlstand gesichert wird, dann passt das für mich nicht zusammen. Also das, was gesagt und das, was am Ende wirklich Inhalt ist, das wissen wir aktuell nicht bei Sarah Wagenknecht. Und wenn ich mit vielen Wählern jetzt rede, die auch BSW gewählt haben, haben viele ältere Leute auch gedacht, dass Sarah Wagenknecht jetzt dann demnächst im Landtag sitzt in Sachsen, was ja gar nicht ist, aber sie war permanent auf den Plakaten drauf. Also es ist ein bisschen eine Mogelpackung. Was von außen natürlich schwer zu beurteilen ist, wie breit abgestützt dieser Widerstand gegen eine Regierungsbeteiligung des BSW innerhalb der CDU in Sachsen ist. Sind das jetzt einfach Einzelstabverbände oder denken Sie, dass das in der Basis wirklich tiefer greift? Also das greift an der Basis sehr tief. Also ich habe bis heute noch kein CDU-Mitglied an der Basis gefunden, der gesagt hat, ja, das müssen wir so eingehen. Also ich kenne niemanden. Und gerade wenn ich noch jetzt höre, gerade ich habe heute wieder aus den Erzgebirgskreisen, von Orts- und Stadtverbänden so die Mitteilung gehört, die sind da genauso wie wir. Wenn man nun Nein zu etwas sagt, dann wird man sehr schnell gefragt, ja gut, aber was denn sonst? Gibt es neben der Absage an eine bestimmte Konstellation aus Ihrem Stadtverband beispielsweise oder auch aus der Basis heraus auch konstruktive Vorschläge in dem Sinne, dass es einen Weg gibt, den die CDU beschreiten sollte in Sachen Koalition? Also ich denke, man sollte generell trotzdem mit allen reden. Und ich betone mit allen. Ich bin einer der Verfechter des Ganzen, der sagt, wenn wir 100 Prozent Wahlprogramm CDU versuchen durchzusetzen, dann geht das nur um eine Minderheitsregierung. Und eine Minderheitsregierung bedarf mehr Arbeit, weil ich muss Mehrheiten finden für meine Beschlüsse. Und dort kann ich aber aufzeigen, wie andere Parteien ticken. Und da geht es nicht um den BSW, da geht es um alle. Bei der Minderheitsregierung müssen dann die anderen sich schon äußern, ob sie in manchen Beschluss mitgehen oder nicht mitgehen. Sie sagen, man sollte mit allen reden. Das macht Ihr Ministerpräsident Michael Kretschmer offensichtlich auch. Er wird mit dem BSW sich unterhalten. Am 14. Oktober soll es eine weitere Runde geben. Und möglicherweise wird dann aus diesem Kennenlerngespräch dann eine Sondierungsphase und vielleicht dann eben auch ein Koalitionsvertrag. Was dann? Wird die CDU-Basis in Sachsen das dann einfach doch schlucken? Oder gibt es vielleicht bereits Abspaltungsideen? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt die Stimmung bei mir im Stadtverband nehme, werden weitere Leute austreten. Die Frage ist, ob es dann überhaupt noch im Stadtverband gibt. Viele werden sich zurückziehen. Es muss generell in Deutschland einen Umbruch geben. Und es wird immer gesagt, Minderheitsregierung, das ist schwer und das geht nicht und das kann man nicht. Und andere Länder machen es aber vor. Wenn ich gerade die skandinavischen Länder nehme, dort ist das im Gang und Gäbe, Minderheitsregierungen. Und man muss eben halt Mehrheiten finden. Und man muss eben halt, ich sage es mal, das versuchen umzusetzen, was auch, ich sage mal, den Bürgern gut tut. Es geschehen ja aktuell interessante Dinge in Sachsen. Ministerpräsident Kretschmer hat sich im Rahmen eines offenen Briefs für Verhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg eingesetzt, was bundesweit bei der CDU so ja nicht in Frage kommt. Wie muss man das werten? Ist das aus Ihrer Sicht schon eine Art Schmusekurs gegenüber Sarah Wagenknecht? Nein. Auch wenn das Sarah Wagenknecht auch immer publiziert, dass man mit Russland reden muss. Also ich persönlich finde es gut, wenn man mit Russland redet. Ich finde es immer gut, wenn man mit allen redet. Und wissen Sie, ich bin jetzt gerade von einer Weltmeisterschaft aus England gekommen, also im Sport. Und dort spielt Politik keine Rolle. Und dort hat man immer Kontakte zu verschiedenen Nationen. Jetzt nicht gerade in dem Konflikt Ukraine-Russland. Aber ich habe mich gerade jetzt mit einem weiteren Trainer unterhalten. Da steht dann halt auf dem Siegerprotest jemand aus Iran auf Platz 1 und auf Platz 2 Israel und auf Platz 3 USA. Und man steht auf dem Siegerprotest und führt keinen Krieg. Also ich finde immer, man sollte mit den Leuten reden. Und es sind nicht immer die Bürger, die das, ich sage mal, das Feuer anfachen. Sondern es sollte mit den Leuten geredet werden. Und ich finde es nicht verkehrt, wenn man mit Russland redet. Das mit dem Miteinander reden hat auch erstaunlich gut funktioniert bei der konstituierenden Sitzung des Sächsischen Landtags. Wenn man es vergleicht mit der Situation in Thüringen, das verlief ruhig und problemlos. Die Parteien sind respektvoll miteinander umgegangen. Der CDU-Kandidat für den Posten des Landtagspräsidenten wurde auch mit AfD-Stimmen beispielsweise gewählt. Einer der vier Vizepräsidenten aus der Reihe der AfD, der hielt Stimmen aus der CDU. Das scheint mir eine ziemlich durchlässige Brandmauer. Gibt es in Ihrem Stadtverband beispielsweise Leute, die sagen, BSW ganz bestimmt nicht, aber AfD, da könnte man ein bisschen weicher werden? Das hat nichts damit mit Weichwerden und Brandmauer zu tun. Wenn ich bei uns im Parlament sitze, da geht es um die Sache, um die Stadt. Und wenn ich ein Projekt habe, dann muss ich versuchen, das Projekt durchzubringen. Und die Hürden sind meistens sehr hoch, gerade was so Genehmigungsverfahren und so weiter angeht. Und man braucht da Stimmen. Und wenn alle für eine Sache sind, warum soll ich das nicht anbringen? Also ich finde es nicht in Ordnung, wenn eine Sache beschlossen werden soll und man schaut, wie und wer von welcher Partei da zustimmt und nicht zustimmt. Weil am Ende muss es um die Sache gehen. Ich gehe schwer davon aus, dass dem Ministerpräsidenten bereits irgendwie bewusst wird, was an der Basis passiert, dass seine strategischen Überlegungen zur Mehrheitsfindung an der Parteibasis kritisch gesehen werden. Was glauben Sie, kann das Druck entfalten? Oder macht er das jetzt vielleicht einfach wirklich abseits der Basis? Er macht das nicht abseits der Basis, das kann ich ganz genau sagen, weil er schon zugesichert hat, dass er in den nächsten Tagen auch in unseren Stadtverband kommt und wir gemeinsam mit ihm darüber reden. Und das macht er, denken Sie, nicht einfach, weil man das eben so macht, aus Höflichkeit, sondern er ist noch nicht gefestigt in seinem Weg? Das kann ich nicht sagen, das kann nur er beantworten. Jetzt gibt es auch noch die Angst, dass eine Kumpanei, beziehungsweise eben eine Koalition zwischen CDU und BSW, der AfD auch bei künftigen Wahlen helfen könnte. Ist das ein Argument, das Sie auch bei Ihrem Stadtverband hören? Nein, nein, also auf gar keinen Fall. Und umgekehrt könnte man sagen, wenn das BSW jetzt ausgeschlossen wird, dann wird das dem auch Punkt der Popularität bei den Wählern wieder helfen. Solche Dinge fließen da nicht in die Überlegungen? Es kann sein, dass bei einigen das in die Überlegungen fließen, aber man sollte, denke ich mal, damit aufhören, ich sage mal, solche Sachen auch zu behaupten und anzunehmen. Es ist problematisch aktuell, das muss man zugeben, wenn ich gerade so die Wahl nehme und im Vorfeld sind Leute zu mir gegangen, auch gerade an dem Wahlstand und haben gesagt, ihr fördert CDU und wir wählen jetzt AfD. Und ich sage, dann wäre es denn euer Landtagskandidat. Dann wissen die Leute gar nicht, wer das ist. Und was auch, finde ich, ganz schlimm ist, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, was in dem Wahlprogramm überhaupt steht. Wir sollten in der Gesellschaft wieder dazu kommen, uns wirklich mit den Inhalten zu beschäftigen und die Sachen, die den Bürgern gut tun, voranzutreiben. Aus Wählersicht wird es langsam ein bisschen unübersichtlich. Es gibt immer mehr Parteien, die gewisse Varianten einer Regierungsbildung per se ausschließen und eben sich entweder nach links oder nach rechts abschotten. Das verhindert einfach so manche Koalition, so manches Zusammenspiel. Lässt sich denn langfristig so überhaupt noch Politik machen in Deutschland, wenn einfach aus Prinzip gewisse Dinge schon ausgeschlossen sind? Ja, also ich denke nicht, dass, ich sage mal, das immer mehr werdende Klein-Klein an der Vielfalt, denke ich, ist politisch nicht gut. Es gibt eine zu sehr Zersplitterung der politischen Landschaft. Und ja, aber wie man das löst, das ist eine gute Frage. Ich sage, bei unserem Stadtverband ganz so schlecht finde ich das amerikanische System nicht. Da gibt es Demokraten und Republikaner, einer regiert, kann seine Punkte versuchen durchzubringen, auch wenn es dann durch den Senat muss. Aber alle Splittergruppen schließen sich ja dort immer halt den zwei großen Parteien an, den zwei großen Richtungen an. Ich sage mal, wir haben es ja jetzt in Deutschland gerade in der Bundesrepublik mit der, ich sage mal, Drei-Parteien-Koalition zu tun. Und es ist ganz einfach schwer, wenn ich drei Wahlprogramme habe und muss das zusammenführen und jeder muss was abgeben und bekommt nur, ich sage es mal, jetzt ein Drittel durch. Oder ja, wenn überhaupt, dann ist das auch für den Bürger nicht mehr nachvollziehbar. Und man sagt ja dann immer, das ist Wahlbetrug, weil eben halt das und das und das nicht umgesetzt wird. Und viele sagen ja, dafür habe ich ja die Grünen gewählt. Aber es geht auch gar nicht mehr. Ja, weil ich sage mal, man muss ja Abstriche machen. Deshalb bin ich eher für eine Minderheitsregierung, weil dort kann ich als CDU, ich sage mal, versuchen, das durchzubringen, was ich durchbringen möchte und muss eben halt Mehrheiten finden. Entweder die anderen machen mit oder die machen nicht mit. Dann scheitern natürlich auch bestimmte Punkte. Aber ich denke, das ist für den Bürger und für die Gesellschaft besser nachvollziehbar. Ihre Präferenz ist klar. Zum Schluss, Herr Schramm, lassen Sie sich auf eine Prognose raus, wie es aussieht. Wird Sachsen eine Minderheitsregierung der CDU erhalten? Ich hoffe. Für mich ist das aktuell, ich sage es mal, das einzige Machbare. Also die Konstellation ist schwer. Für alle Beteiligten schwer. Aber ich denke, eine Minderheitsregierung ist, denke ich, auch für die CDU das Bessere. Michael Schramm, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Nauenhof, über den Widerstand gegen eine Regierungsbeteiligung des Bündnisses Sarah Wagenknecht in Sachsen. Besten Dank, Herr Schramm. Ich danke auch. Vielen Dank, Herr Schramm. Alle Parteien bewirtschaften die Probleme. Da braucht es auch eine, die sie löst. Und das sollen die Grünen werden. Das sagt jedenfalls ein potenzieller neuer Parteivorsitzender. Vom Problembären zum Problemlöser? Der Kommentar von Frank Walig. Da wurden sie geprügelt und von der Bühne getreten. Den tiefen Sturz bezeichneten die pro forma noch grünen Vorsitzenden Lang und Nouripour als Akt der Verantwortung, es sei recht so und gut so. Warum erniedrigen sich die beiden so? Öffentlich wie in einem Schauprozess. Weil zwischen den Scheuklappen noch die Möhre einer baldigen Belohnung baumelt. Die Ampel habe noch viel vor, so Nouripour. Wir Grüne, Zitat, machten Politik für die Realität. Die Menschen sind krisenmüde, sehnen sich nach einer Regierung, die ihnen Halt gibt. Die Koalition hat Großartiges für dieses Land geleistet. Zitat Ende. Und einer, der bald den halben Vorsitzenden bei den Grünen geben darf, gibt die Parole aus. Wir sind die Problemlöser. Sie versprechen, die Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht haben. Die Grünen liegen übrigens bei 10 Prozent. Die Interviews der Spitzengrünen kommen der geskripteten Wirklichkeit in TV-Formaten nahe. In jeder anderen Sendung würde das Skript in den Mülleimer geworfen, weil zu seicht, zu unglaubwürdig. Es gibt noch den bösen Buben im Lala-Land grüne Illusion. Die AfD. Verbieten, ausgrenzen, quälen, nicht mitmachen lassen. Verbieten wäre das Beste, so der noch spitzengrüne Nouripour. Die AfD-Wähler würden das schon verwinden und alles, was bei den gegenwärtig geschätzten 20 AfD-Prozent nicht rechtsradikal sei, würde sich bei den Altdemokraten wieder einreihen. Meint er ernst? Der Mann ist Politiker, hat sonst nichts gelernt und will Politiker bleiben. Die Möhre macht's. Wechseln wir zum nächsten Polit-Entertainer, der um die Verlängerung seines Engagements nachsucht. Christian Lindner, FDP. Er gibt das intellektuelle Polit-Orakel. Manchmal sei eine Regierung gut für das Land, manchmal sei sie ein Problem für das Land. Oder so ähnlich, sagt er es. Dann fordert die FDP abgelehnte Asylbewerber, das wären hunderttausende illegale Migranten, nur noch mit dem Nötigsten zu versorgen. Wäre das ernst gemeint, dann wäre Schluss mit der Ampel. Dabei gibt es so viele Gründe, dieses Unglückskonstrukt in den Orkus zu schicken. Sie werden es noch ein wenig miteinander aushalten und ein Gesetz zur Selbstversorgung verabschieden. Das Demokratiefördergesetz. Damit werden mit Hunderten von Millionen Euro Steuergeld rot-grüne Projekte finanziert. Zum Denunzieren, zum Bespitzeln, zur Migrationsförderung, zur Quer- und Landwirtschaftspolitik und so weiter. Kurz, hier werden Versorgungsposten geschaffen. Das Volk ist ja so blöde und muss auf rot-grüner Linie gehalten werden. Dieses Erziehungsprogramm sichert abgewählten Politikern auch weiterhin Zugang zu Mikrofonen und Medien. Das sind die Experten von morgen. Das ist die Möhre, die jeder Scheuklappe eigen ist. Dieses Demokratiefördergesetz greift tief in den Alltag der Bürger ein. Die FDP ist der Steigbügelhalter für die rot-grünen Versorgungsprogramme. Auch wenn die Ampel ausgeknipst sein sollte, die Transformatoren arbeiten weiter nach Plan. Gegen die Interessen der Bürger, aber von ihnen gut bezahlt. Die FDP macht's möglich. Deshalb kann der Kanzler die AfD-Wähler für unanständig halten. Den Wählern muss also Anstand beigebracht werden. AfD wählen ist pfui, Händewaschen vor dem Essen. Dahinter steckt das Bürger- und Menschenbild des sozialistischen Biedermeiers. Alle untergehakt, froh in die Zukunft. Die Regenbogenfahne flattert lustig voran. Wie die Zukunft aussehen kann, zeigen die Anti-Israel-Aufmärsche. Megantisch und aggressiv, aber untergehakt und bunte Fahnen. Da werden Polizisten geschlagen, Innenstädte lahmgelegt und der öffentliche Raum verwüstet. Die politische Zukunft Deutschlands wird auf der Straße ausgehandelt. Diese Aggression hat der Kartoffelbürger, aber auch die Polizei nichts entgegenzusetzen. Diese Gewalt ist auch Ergebnis ungebremster Migration aus muslimischen Ländern. Und auch hier baumelt die Möhre vor der Nase derer, die in der Sozialindustrie auf steuerfinanzierte Versorgungsposten und Versorgungsstellen hoffen. Da ist viel zu holen. Aber unanständig, das sind immer die anderen. Die Unanständigen sollen von Helferlein auf Staatsknete umerzogen werden. Ein Ampel aus brächte viel Gutes. Das Beste daran, die finanzielle Absicherung der Transformationshelfer fiele weg. Funktionären von Rot und Grün würde klar, dass vor der Scheuklappe nur eine Möhre unerreichbar gebaumelt hätte. Funktionäre ab in die Produktion. Die Grünen als Lösung aller Probleme. Sie hörten einen Kommentar von Frank Qualig. Das war Konterfunk aktuell. Im weiteren Programm hören Sie unter anderem den Fernruf. Dort geht es dieses Mal auf die Insel Guadeloupe, ein Stück EU mitten in der Karibik. Der Fernruf heute um 15 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende. Oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunk-Beitrag. www.kontrafunk.radio Untertitelung des ZDF für funk, 2017